Yo Leute und hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Ich wollte einfach bloß sagen, es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit keine Videos rausgebracht habe. Ja, Schule halt einfach, muss lernen. Und in den Ferien hatte ich eigentlich gar keinen Bock. Und ja, was wollte ich sagen? Ja, ich werde wahrscheinlich demnächst meinen Kanal umbringen oder einfach mit dem Marco zusammen dann einfach einen neuen Kanal machen oder einen Kanal übernehmen. Und ich werde mal versuchen, ab so 25 Abonnenten am Wochenende nochmal ein Video reinzubringen. Dann, ciao!